Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um die AMC Aktie. Sorry, dass ich die letzten zwei Tage kein Video machen konnte, aber Familie geht natürlich vor. Aber was ist jetzt gerade so bei AMC los? Wenn man sich den Kurs anguckt, ja man befindet sich, ich würde jetzt nicht sagen in einer Korrektur, sondern eher noch in einer Seitwärtsbewegung. Man müsste jetzt gucken, wird dieser Punkt hier unterschritten. Aber nichtsdestotrotz, alles was hier passiert, ist natürlich nicht natürlich, sondern es wird durch Hedgefonds beeinflusst. Deswegen eine Chartanalyse bei AMC kann man meines Erachtens aktuell und die letzten Wochen natürlich nicht wirklich durchführen. Denn alles was man hier jetzt guckt, ist es ein steigender Kurs, hat es eine Trendlinie und so weiter, kann von heute auf morgen wieder komplett durcheinander bringen. Aber was gibt es denn für Nachrichten? Und zwar gab Wanda bekannt, dass sie Aktien im Wert von 220 Millionen Dollar verkauft haben. Und Wanda war ja Miteigentümer von AMC, dahinter steckt die chinesische Wanda Group und sie hat eben insgesamt 15,6 Millionen Aktien verkauft im Wert von 220 Millionen Dollar. Und aktuell ist dann die Beteiligung von 9,8 auf 6,8 Prozent gefallen. Und das haben sie auch bereits schon vor kurzem gemacht, dass sie auch nochmal was verkauft hatten. 2018 sind sie eingestiegen. Und was ist denn hieran der Grund? Also erstens haben sie eine Aktie für einen Durchschnittspreis von 14,59 Dollar verkauft. Also sie werden auf jeden Fall ordentlich hier mit Plus rausgegangen sein. Denn wenn man sich den Kurs, also man kann es nicht genau wissen, aber 2018 gehe ich jetzt einfach mal nicht so ganz so weit zurück. Die Frage ist natürlich, wann sie gekauft haben. Aber ich schätze mal, sie haben hier auf jeden Fall mit einem Plus verkauft. Anders würde das auch keinen Sinn machen. Und was auch sehr, sehr gute Nachrichten sind, sind, dass, und das wisst ihr ja bereits, im März ist in Los Angeles die Kinos aufgemacht worden und auch in New York. Und nun wird darüber schon spekuliert, ob zum Beispiel im Sommer die Kinos wieder komplett eröffnen können. Und das genau zu der Zeit, die die Top-Blockbuster erscheinen werden. Also Black Widow, F9 und natürlich Top Gun. Und das würde natürlich sehr gut sein, denn hier kann man auf jeden Fall mit enormem Zuschauerwachstum rechnen. Also meines Erachtens wirklich wäre das für AMC als Unternehmen ein absoluter Fortschritt. Aber jetzt ist natürlich die Frage, warum hat Wanda hier verkauft? Ich habe dazu nicht wirklich was gefunden, aber ich denke mal, Wanda ist es etwas zu risikoreich geworden. Man steckt natürlich nicht direkt dahinter, was kann da oder was passiert da alles. Man bekommt eh nicht alles mit, aber meines Erachtens ist es wirklich so, Wanda, entweder brauchen sie das Geld für andere Unternehmen, andere Beteiligungen, denn natürlich kriegt jedes Unternehmen das mit, was gerade bei AMC passiert. Jedes einzelne Unternehmen auf der Welt kriegt das mit. Und wenn man überlegt, wenn Wanda 220 Millionen dort investiert hat beziehungsweise im Wert von 220 Millionen und die Aktie würde sich verdoppeln. Also ist in meinen Augen irgendwie komisch, denn dass der Kurs steigen wird, ist eigentlich zu 99,9% sicher. Alles, was hier jetzt wieder passiert, ist ein Einfluss der Hedgefonds. Und ich muss persönlich sagen, es gab ja viele Kommentare, wann fällt der Kurs endlich unter 8 Euro. Mir gedacht, warum, weshalb? Und dann habe ich mit einigen Zuschauern geschrieben und die haben gesagt, ja, weil ich dann endlich nachkaufen möchte. Und absolut richtig. Also finde ich wirklich auch beeindruckend von jedem Einzelnen, der hier auch mitinvestiert ist. Ich bin ja auch investiert. Und dass der Hype noch lange nicht vorbei ist. Das freut mich wirklich, dass es so viele Stammanleger gibt, die wirklich sagen, selbst wenn ich jetzt im Minus bin, ich werde halten. Ich werde halten. Diamonds Hands ganz weit vorne. Denn viele glauben dran. Und das macht dieses Unternehmen, diese Aktie natürlich zum absoluten Hype. Ich werde auch, und das habe ich ja in letzter Zeit gezeigt, diese Swaggy Stocks Webseite, wo man sehen kann, wie viel wird auf Reddit über welches Unternehmen gesprochen. Aber meines Erachtens macht das weniger Sinn in Zukunft. Denn mittlerweile gibt es so viele Subreddits, und die nicht mit, ja, eingegriffen, oder mit reingenommen werden. Es wird nur auf dieser Webseite Wallstreetbets analysiert. Und Wallstreetbets ist natürlich eine sehr große Community, aber da wird halt sehr stark über sämtliche Aktien gesprochen. Und bei diesen ganzen Subreddits geht es halt wirklich um die einzelnen Unternehmen. und da das nicht analysiert wird und ich behaupten würde, dass wirklich AMC im sämtlichen Reddit-Bereich an erster Stelle ist, also selbst vor GameStop, wäre es blöd, wenn ich euch da irgendwie falsche Daten liefere. Bezüglich des Shortsquees, also ich hatte ja vorgestern auch schon gesagt, macht euch bereit, dass es wirklich turbulente Wochen geben wird. Ich würde, mich würde es nicht wundern, wenn der Kurs noch weiter fällt, also tatsächlich sogar unter 7 Euro, beziehungsweise 6,50 Euro sogar. Meines Erachtens gut, hört sich jetzt wirklich doof an, ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch, aber wenn der Kurs unter 7 Euro fällt, dann werde ich wirklich ordentlich zugreifen. Sollte der Kurs noch weiter runtergehen auf 6,50 Euro. Ja, dann hoffe ich, dass ich auf dem Konto noch Geld habe, um hier nochmal nachzukaufen, denn ich bin mir 100% sicher, dass hier tatsächlich was Großes passiert. 4.5. Ihr wisst, ein wichtiger Tag. Bis dahin wird es aber für einige, auch für mich, noch sehr stressige Tage geben, wenn man ins Depot guckt, weil ich glaube wirklich, dass hier noch einiges abwärts geht, dann natürlich wieder einiges aufwärts, aber Abwärtstrend ist natürlich nicht so schill, wenn man das sieht, aber stellt euch wirklich darauf ein, dass hier tatsächlich noch einiges passieren kann in Richtung nach unten. Und wenn man sich das Handelsvolumen anguckt, auch es wird eigentlich immer weniger, warum? Die Leute warten natürlich ab, die Leute, und das ist natürlich ein Thema, viele sagen immer, ich kaufe nach, ich kaufe nach, ich ja auch, aber man muss halt immer gucken, hat man denn überhaupt Geld dafür übrig? Denn ich verdiene jetzt keine 20.000 Euro im Monat. Man muss natürlich auch Kapital zur Verfügung haben und das ist natürlich immer so das Problem und ich verkaufe eigentlich ungern Aktien, bei denen ich langfristig investiert bin, das möchte ich eigentlich auch nicht, dann muss ich sagen, gut, dann verzichte ich eben auf den Anstieg. Aber ich sage mal, ein kleiner Nachkauf wird bei mir auf jeden Fall noch drin sein, jetzt nicht über 10.000 Euro, aber auch nicht nur 100 Euro, aber wie gesagt, investiert auch nur das Geld, was ihr hundertprozentig sicher seid, dass wenn ihr es verliert, euch nicht in Ruinen treibt, ihr eure Miete noch zahlen könnt, euch Essen kaufen könnt. Eigentlich muss man sowas nicht erwähnen, aber ich möchte es einfach nochmal erwähnen. Ich bin auch kein Finanz- und Anlageberater, aber seid euch sicher oder ich bin mir sicher, der Kurs wird definitiv steigen. Ob er jetzt bis 1.000 Dollar steigt, ist eine andere Frage, aber er wird definitiv steigen. Danke euch fürs Zusehen. Heute kommen noch ein paar mehr Videos. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis zum nächsten Mal.